Jo Leute, es geht weiter, aber wir spielen wieder Code Vein. Ich hab das hier schon ein bisschen angezockt. Ich hab vergessen, leider den Aufnahmeknopf zu drücken. Aber ich hab gemerkt... Ja, Jakomo muss wieder reinlabern. Hör auf da rauf zu! Was soll das? Hey, hier. Jetzt. Ähm, wo war ich? Ja, er redet halt dauernd. Ich hab schon gemerkt, die Gegner sind ein bisschen härter hier. Das ist auch der Waffenwechsel zum Jakomo-Schwert. Oh, nicht schlechter hat sich hier bewährt. Ja, ist es krumm. Ja, schön. Können wir dann die Waffe aufmotzen damit? Das hört man gern, ne? Ja, ein bisschen Blitz-Damage. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass man ein bisschen Progress wegkriegt. Ja, ja, komm, komm. Keine Müdigkeit jetzt. Ja, die muss man einfach dreschen, die Gegner hier. Da kann man nicht schlitzen. Da muss man einfach drauf dreschen. Bis die nicht mehr stehen können. Die sind anders. Oh ja, aber die Waffe ist schon noch cool. Ja, man sieht da vorne an dem Stern, an der Markierung, da bin ich gestorben dann. Habe ich auch gemerkt, dass die Aufnahme nicht lief. Vielleicht wird es diesmal besser laufen. Mit der Waffe. Also, die geht eindeutig easy. Aber die können ja auch nichts. Die weißen, das sind die gefährlichen. Und da gibt es neue Dicke. Ich habe noch keinen Namen für die. Aber die sind auch ziemlich krass. Die werden jetzt auch gleich einfallen hier. So weit, so gut. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aha. Nein. Das war der falsche Spell. Ich habe gerade Leben von mir geopfert. Komm, 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 komm. Ja, schön, 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 schön. Reinhauen. Draufhauen. Reinhauen. Umhauen. Nicht mit dem Besten. Wow, 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 wow. Was geschieht hier? Wo war es das? Nein. Krass. Warum habe ich mit der anderen Waffe gespielt die ganze Zeit? Oh, Pieces. Ich bin gehemmt. Ich habe ein Hemd. Jetzt können Sie keine Fähigkeiten benutzen, oder wie? Das ist ja egal. Wenn es noch eine Möglichkeit gäbe. Ich weiß, es wäre nicht balanced. Aber, ähm. Das irgendwie schneller. Alles zu machen. Die Waffe schneller. Zu schwingen. Alter, was? Was? Nein, 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 nein. 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 Alter, was machst du mit ihm, ey? Schwerkraft, das ist das. Nice. So, bin gleich wieder da. Ich muss noch kurz meine Katze von meinem Tastatur entfernen. Manni. Ich will mitspielen. Komm, geh weg. Runter. So. Jetzt. Es ist nicht so praktisch dann. Joa, Regeneration haben wir keine mehr. War ein harter Kampf, aber jetzt muss ich den nicht nochmal machen. Joa. Immerhin. 51. Aha, ja. Runter. Giacomo, bist du jetzt da runter? Nein. Gott sei Dank. Oder Giacomo. Ich komme mit dem Namen noch nicht ganz klar. Aber immerhin, so weit war ich jetzt noch nie. Bin mal gespannt, was da jetzt so kommt. Ganz sprachlos bin ich jetzt. Da gespannt halt. Joa. Da ist wieder so ein weißer. Den hatte ich noch nicht, den mit Hellebardo. Der kann wahrscheinlich auch den Teleport move, oder? Anscheinend muss ich gar nicht. Gegen den Kämpfen doch. Kommt doch. Kommt, zeig das fest. Alter. Ja, Teleport move, ne? Kann er bestimmt nicht. Nein. Richtig fies. Das ist wieder so ein Turm. Der Turm mit dem Wurm. Ah, das ist ein Shotcut. Kann ich den öffnen, um zu sterben? Öffnen, öffnen, öffnen. Ja, es geht. Wie in Dark Souls. Aber unsterblich wird man das machen. Hey. 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 Talentstärke, Vitalität. Geh Meister. Ist das etwas, das wir nutzen können? Wie dann ist es, Krum? Schön. Schön, schön. Hier, das war der Shotcut. Und das andere. Ja, komm jetzt. Ja. Ich hab halt Angst, dass ich sterbe, ne? Am besten wäre jetzt zurückgehen. Die Punkte ausgeben, die wir gesagt haben. Ach, ich hab mir fast runtergefallen. Die Punkte ausgeben. Und dann. Vielleicht die Waffe noch, äh, infusen mit dem Isis Krum. Und dann. Sehen wir ja. Also. Ich schneide das kurz raus. Und dann sind wir auch wieder zurück. Äh, ich hab die Waffe jetzt nicht blitzinfused, weil, ähm, da hätte ich anscheinend Damage verloren. Das gibt keinen Sinn für mich. Darum ist die Waffe jetzt schwer. Ich schätze mal, schwer ist ganz okay. Die wird wahrscheinlich jetzt langsamer sein. Verblockt sie härter. Ja. Ja. Ich hätte irgendwie 50 Blitzdamage gekriegt im Tausch gegen 150 physischen Schaden. Wobei ich nicht weiß, wie jetzt das mit der Rüstung abgerechnet wird. Ob der Blitzdamage, ähm, vielleicht, äh, besser durchgeht oder so. Keine Ahnung. Äh, ein dicker. Oh, der hat viel Rüstung. Keine Chance hier. So, wie komme ich jetzt zu dem Shortcut? Es ist halt so verwirrend hier. Ging es da rauf oder? Ne, da geht es zum... Da geht es zum Missl. Okay. Ne, das ist falsch. Falsch, falsch, falsch. Da links. Links. Links rüber. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Da sind wir richtig. Genau. Hier an der Wendeltrippe. Gehen wir... Hoch wendeln. So, boah. Jetzt wäre ich fast runtergefallen, ja. Hm. Ist unser Ziel? Wo ist das eigentlich? Unser Ziel? Unser Ziel ist... Da hinten, ja? Oh, jetzt wird er der Krasse. Königin Stahl? Okay. Ja, genau. Richtig guter Loot. So, und da hinten waren wir noch gar nicht. Flammen-Buff. Mann, hilf. Komm. Nur einer? Ich habe jetzt damit gerechnet, dass nur noch ein zweiter kommt. Nö. Anscheinend nicht. Gut. Ja, was soll hier noch sein? Schau. Wir können da unten leppen. Ach, da geben wir den Tipp. Können wir da runter springen? Oh, nochmal Königin Stahl. Ich glaube, ich werde den Uni schlechter dann auch nochmal. Bisschen tunen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schwächer geworden bin, als ich es getunt habe. Aha. Ja, das ist nicht so der Waffentyp für mich. Wollen wir da auch runter springen? Hm? Spring du zuerst. Man labert halt dauernd, ne? Das ist so verwirrend. Jupp. Oh. Nice. Ja, endlich. Ist aber nicht jetzt hier der zweite Shortcut, oder? Ja, doch, doch, doch. Sehr gut, sehr gut. Jetzt schon, ja. Da war ich schon. Warum habe ich hier keine Map? Map, Map. Kiste, Kiste. Ist doch bestimmt ein Hinterhalt, aber mir egal. Let's open it up and see, shall we? You have to take whatever you can use. Ja, meine Liebe zu zweiern Waffen ist ja jetzt sehr gewachsen. Sollen wir die mal testen. Boah. Boom. Viel zu langsam. Ey, cool. Ich kann den aufladen. Ja, geil. Ist das ein Move, oder was? Ist der langsam? Zack. Zack. Ah, ne, wenn man lang drauf bleibt. Ne, 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 ne. Eigentlich ganz nett, aber ne. Nee. Ja. Seltsame Kuriosität. Okay. Hm. Ah, guck. Oh, tschüss. Nochmal Stahl. Ja. Endlich. Checkpoint. So. Fähigkeiten. Ich hätte gerne diese Fähigkeit. Ich dachte, ich hab die schon die ganze Zeit. Was ist denn das? CR Kämpfer. Gegen Wanken. Was ich auch gerne hätte, wäre die Fähigkeit mal getestet. Ja, ja, ja. Komm. Und diese Fähigkeit. Und das war's, glaube ich, oder? Was? Achso. Abwärtserchen. Ja, 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 ja. Jetzt, wie mach ich das? Ähm. Schrei mir ins Ohr. Ich werde... Bewegliche Leere. Hier. Das ist das, was er immer macht. Okay. Hält sich jetzt mein Ico auf? Ja. Ähm. Ich hab's gleich, ne? Da. Das Schwalbenschneider. Das ist jetzt nicht so toll. Vor allem kostet der 20. Oder was? Nein. Wie sieht's aus mit dem Drachensatz? Besteht denn da als Beschreibung? Ne. Kann man gar nicht lesen. Na, egal. Den Drachensatz teste ich jetzt noch. Nur zur Komplizität. Das ist jetzt nicht. Ne. Ja. Ne. Mir gefällt eigentlich der von Jakob am besten. Ich muss ja nicht zermisteln. Komm. Mistel, Mistel. Hier, Atlas. Und los. rein da. Aha. Jo. Toll. Klingt ja eingeladend. Ja, wenigstens haben wir die Mistel, ne? Sorry, sorry, ja. Haha. Ja, muss ich mit der Mistel jetzt wegreisen? Spiel, willst du mir das sagen? Oder ist das eine Wand, die man einschlagen kann? Nein, sowas gibt's ja nicht. Okay. Das heißt, ich muss jetzt wieder wegreisen. Kommen, wenn wir schon mal hier sind, mal gucken, wie viel EP wir brauchen. Hey, eine Stufe geht. Dann können wir gleich den neuen Move testen. Ach, der kostet 10 Euro. Ja, dann kostet er halt 10. Ist ja nicht so schlimm. Mal auf die Karte gucken. Also, das ist der Shotcut. Oh, je, 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 je. Kriegst ja ein Drehwurm hier. Hier bin ich noch nicht lang, oder? Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Was ist das für einer? Warum hat der so einen roten Penübel im Gesicht? Ich hab' so'n Gefühl. Er trägt ne Mistel auf dem Kopf, oder was? Was ist das für eine Karte angelegt? Cool. Ich hab' so'n, was wir nutzen können. Der Mistelkopf. Ja, was hat mir das gebracht? Gar nichts. Drüben hängt wieder einer dran. Was ist da vorne los? Da war ich doch. Das hab' ich doch schon geklärt. Ge-cleared. Kann ich das nochmal? Nein. Nein, das macht man nicht nochmal jetzt optional, oder? Sind wir wieder an einer Stelle angekommen? Ich weiß nicht, wie's weitergeht. Wie soll das denn weitergehen mit uns zwei hier? Da hinten liegt was. Da so hoch, und dann da so. Durch den Turm. Wie komm' ich da rauf? Ja, ja, komm' ich bin auf meinem Weg. Ja, ja. Hier so, und da so, und... ...darüber. Da gibt's aber keinen Ausgang aus dem Raum. Ausgang aus dem Raum. Autsch. Sehr, sehr, sehr seltsam. Hold on, I'm on my way. Da oben war ich schon. Vor allem, warum kann man da nicht drüber hüpfen? Wir können ein Schwert halten, das doppelt so groß ist wie wir. Wir können nicht über einen Zaun klettern. So Videospiel-Logik. Zeig mir mal auf der Karte. Wo war ich denn schon? Da ist das Loch, ja, da ist das Loch. Da ist das Loch. Oh, nein, nein. Nein. Warum? Pure Dummheit. Ja. Aaaaaah! So, wie komme ich jetzt zu meinem Zeug? Und wenn ich das habe, wie komme ich dann weiter? Das ist die Frage, die sich stellt. Da liegt mein Zeug. Ja, ich bin auch gläd. War hier unten noch was? Ne. Da ist man einfach, was ist da? Ist da was versteckt? Ne. Hm. Dieser Labyrinthismus. Sehr schrecklich. Don't be so tense. So. Jetzt sind wir wieder Sackgasse, ne? Das ist... Schlecht. Schlecht, oder? Ja. Ja. Toll. Jetzt war da eine Leiter. Oh, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Die Frage ist, bringt mir die jetzt was? Ja. 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 Ja, cool. Perfekt. Mal buffen, da ist bestimmt ein Gegner. Das ist alles. Den Geräuschen nach war es irgendwie so ein, weiß ich nicht, riesen Vieh und jetzt ist es nur so ein Ogre. Ah, da ist noch was. Und die haben jetzt Schilder. Ah, das ist ja gut. Alter. Bam, 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 bam. Chancenlos. Hier ist nix. Aha. Hallo, hallo. Achso, ich bin langsam wegen dem Schwert. Hallo. Da gibt's nicht mal Stahl für das. Oh, da kam ich her. Also langsam finde ich den Move gar nicht mehr so toll. Den Jako-Move. Oh, was hab ich denn jetzt aufgemacht? So geht's ja nicht weiter, oder? Ach. Das alte Spiel wieder, ne? Oh, oh. Was ist das Ort? Wow. Sehr gut, eh? Das ist eine große Hilfe. Ich würde lieber sie machen, ihre eigene Arbeit. Bevor wir das machen, machen wir eine kleine Pause. Und das war's auch schon wieder von diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonnier gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.